Istanbul Istanbul ist eine besondere Stadt, die auf zwei Kontinenten liegt. Der eine Teil liegt in Europa, der andere in Asien. Deswegen wird die Stadt als Brücke zwischen Europa und Asien bezeichnet. Geteilt wird sie durch zwei bedeutende Gewässer, den Bosporus und das Marmara Meer. Die Stadt hat zwei Flughäfen, von denen sich einer auf der asiatischen Seite und ein Flughafen auf der europäischen Seite befindet. Unser Flug ging zum Flughafen Atatürk, welcher sich ebenso wie die touristischen Gebiete der Stadt auf der europäischen Seite befindet. Ungefähr 1000 Moscheen prägen die Stadt, wovon die zwei bekanntesten natürlich die Hagia Sophia und die Blaue Moschee sind. Sie stehen sich genau gegenüber. Die Hagia Sophia war jahrhundertelang die weltgrößte Kirche. Nach der Eroberung von Byzanz durch die Osmanen wurde sie Moschee und 1934 Museum. Die Blaue Moschee wird als Blaue Moschee bezeichnet, da die Kuppel und die oberen Teile der Mauer überwiegend mit blau-weißen Fliesen verzehrt sind. Eines der imposantesten historischen Bauwerke Istanbuls ist die Basilika Zisterne, oft auch als versunkene Palast bezeichnet. Das alte Byzanz hatte zahlreiche Zisternen zur Wasserversorgung der Stadt, da man auf der Halbinsel selbst kein Trinkwasser fand. Man nennt die Zisterne auch Basilika, da sich über dem früheren Wasserspeicher eine Basilika befand. Heute ist die Zisterne nur noch eine Sehenswürdigkeit, bei der besonders schön die Säulen mit Lichtern beleuchtet werden und klassische Musik aus den Lautsprechern erklingt. dann wieder die Zisterne und CAMенной